Servus Leute, ich hoffe euch geht's gut und willkommen zurück zur Show of Cyrix und einer kurzen Spezialfolge von Cyrix Space News, denn es ist endlich soweit. Wir mussten ehrlicherweise etwas länger auf den zweiten Start des Starships warten, als wir gehofft haben, vielleicht aber auch etwas kürzer als der eine oder andere befürchtet hat. Nun ist es allerdings soweit, die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA hat SpaceX die Erlaubnis erteilt, den zweiten Start des Starships durchzuführen. Die Startlizenz liegt also endlich auf dem Tisch und es wird gar nicht lange gefackelt, wir kommen gleich richtig zur Sache. An diesem Freitag soll es bereits losgehen, am 17. November 2023 um 13 Uhr UTC bzw. 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit soll es den zweiten Start des Starships geben. Vom Jungfernflug des Starships kennen wir ja schon einige Dinge und wenn wir mal hier einen Blick auf die grobe Auflistung der verschiedenen Ereignisse werfen, dann sehen wir, da gibt es schon einige Punkte, die uns ein wenig bekannt vorkommen. Zwei Stunden vor dem Start des Starships wird eine Umfrage durchgeführt, es werden Checks durchgeführt und wenn bis hierhin alles passt, wird anschließend die Betankung eingeleitet und dann fließt erst einmal jede Menge flüssiges Methan und flüssiger Sauerstoff in das Starship hinein bzw. in den Booster, nein, Booster 9 haben wir in diesem Fall und das Ship 25. Circa 20 Minuten vor dem Start wird die Hardware heruntergekühlt und das macht man deswegen, weil wir es ja hier mit cryogenen Stoffen zu tun haben, also mit flüssigem Sauerstoff und Methan, welches da sehr, sehr kalt ist. Das sind wir weit im Minusbereich und deswegen kühlt man die Hardware runter, die Triebwerke herunter, damit es hier zu keinen Problemen kommt. Circa 10 Sekunden vor dem Start wird der Flame Deflektor aktiviert, da kommen wir gleich noch dazu und 3 Sekunden vor dem Start wird die Startsequenz der Raptor Triebwerke eingeleitet und danach geht's los. Das Flugprofil kommt uns ebenfalls vom Jungfernflug Avang bekannt vor, auch dieses Mal wird es keine senkrechte Landung auf dem Land geben oder mit den Chopsticks oder was der Dive, sondern sowohl der Booster wie auch das Ship 25 werden im Wasser landen. Das gesamte Starship System wurde in vielen Bereichen verändert und verbessert und eine signifikante Veränderung werden wir bei dieser Mission ganz klar und deutlich sehen und die kommt bei der Stufentrennung zum Einsatz, dieses Mal wird es nämlich ein sogenanntes Hot Staging geben. Und das Hot Staging bedeutet im Prinzip nichts anderes, als dass die Triebwerke der Zweitstufe bereits gezündet werden und laufen, während die Rakete eigentlich noch zusammenhängt. Jetzt müssen natürlich die heißen Gase der Triebwerke der Zweitstufe irgendwo abgeleitet werden, ansonsten wird es der Rakete wahrscheinlich zu heiß werden und das macht man mit einem sogenannten Hot Staging Ring, den sehen wir in diesem Foto. Man sieht auch ganz schön seitlich diese Aussparungen, diese vertikalen Aussparungen, durch die dann die heißen Gase entweichen können und auch diesen in der Mitte, den Dom im Prinzip, der dann ebenfalls den Booster vor dieser Hitze, vor diesen heißen Gasen dann schützt. Eine weitere signifikante Änderung, auf die ich gespannt bin zu sehen, wie das Ganze performt, betrifft die Startplattform. Beim Jungfernflug haben wir gesehen, wie es einen regelrechten Betonregen gab, also Betonbrocken wurden aus dem Boden herausgebrochen und dann in der Luft herumgeschleudert. Das Ganze sah dann anschließend so aus und das gilt es dieses Mal auf jeden Fall zu vermeiden. Von daher hat SpaceX ein System entwickelt, einen sogenannten Flame Diverter. Ein bisschen anders, als wir das beispielsweise bei anderen Startplattformen sehen. Es ist im Prinzip, ja man nennt es so scherzhaft das Raketenbidet. Und das System sieht man in dieser Aufnahme sehr schön. Das sind im Prinzip Stahlplatten, durch die dann jede Menge Wasser gepumpt wird mit einem entsprechend hohen Druck. Und dieses Wasser nimmt dann diese heißen Gase, die Energie dann auf und führt sie kontrolliert ab, damit es halt nicht wieder zu solchen Schäden kommt. Für den Ablauf des Fluges gibt es ebenfalls eine grobe Auflistung der verschiedenen Ereignisse. Wir haben natürlich den Start der Rakete klar und 52 Sekunden nach dem Start der Rakete gibt es das sogenannte Max-Q. Also das ist der Zeitpunkt, an dem die maximale aerodynamische Belastung auf die Rakete einwirkt. 2 Minuten 39 haben wir Booster Mico, also Main Engine Cut-Off, bei dem die meisten Triebwerke abgeschaltet werden. Wir haben dann ein Hot Staging, das haben wir vorhin gerade besprochen. Die Triebwerke der Zweitstufe werden gezündet, es kommt dann zur Stufentrennung. Der Booster kommt natürlich wieder runter und landet schlussendlich im Golf von Mexiko. Für das Ship 25 wird es aber erst einmal weitergehen. Circa eineinhalb Stunden später kommt aber auch dieses wieder runter und wird im Pazifik in der Nähe von Hawaii ebenfalls eine Wasserlandung durchführen. Und zum Abschluss wird sich das Ship 25 noch als U-Boot versuchen. Also es wird auf jeden Fall wieder spannend, deswegen nicht vergessen, morgen einschalten, Freitag, 17. November 2023, um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit für den zweiten Flug des Starships. Das war es jetzt auch erst einmal von meiner Seite, wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin macht's gut und don't forget to rock it! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020